Der eine ist down? Nee! Nee! Das fass ich nicht! Was? Die hatten noch weniger Leben als er? Ganz, ganz sicher. Richtig gut. Einfach auseinandergenommen. Er hat aber keine AR-Money bekommen. Keine AR-Money. Macht das hier sehr, sehr gut. Geht er wieder runter. Sucht hier irgendwo 7 Leute. Er bleibt... Er geht im Nahkampf mit P90 only. Und ich meine, bei der Waffe hat sich ja nichts verändert, oder? Ah, okay, war noch... Hätte auch stärker nach hinten losgehen können. Dann haben wir das Lagerfeuer. Rated da. Von oben und von unten. Da muss er raus, da muss er raus. Jetzt... Wir starten die Aim-Board-mäßig auf ihn drauf. Wahnsinn, wer den nehmen wir bekommen. Wieder 150. Ach, kill's jetzt hier auch. 400 Mets. Fünf Gegner noch. Einer über ihn, der Rest unter ihn, ne? Hm. Auch ziemlich hoch. Die beiden sind ziemlich hoch. Ja, Kleider-Replay mit ist dabei. Enttäuscht. Er geht nach außen. Hat er das gesehen? Hat er... Ja, hat er... Hat er gesehen. Oh. Alter! Im Fall! Oh mein Gott, jetzt nur noch ein 1 gegen 1. Und der hat er eben gerade schon gefeitet. Und alter, das war so geil! Das kann er nicht machen. Clean, clean, clean. Ja, es war ganz, ganz, ganz clean. Alter! Der hat ja mit allen gleichzeitig gefeitet. Eine Sekunde bevor er den Boden berührt. Ganz, ganz clean. Den Pumpgunshot gegeben. Redeployment gelöst. Gegner weggeburzt und dann den Schiff von oben weggeburzt. GG's. Zwei oder drei Leute aus dem Brawler rausgeholt. Schön. Redeploy, ganz wichtig. Hat keine Mets mehr. Zwei Boogies. Schön. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sofort gebaut. Richtig zu. Jedes Aim. Der spielt jetzt auf jeden Fall. Boah, setzt er sich durch. Setzt er sich durch. Was? 145er? Was macht der da? Er geht immer wieder 50 Leben! Er hat einfache... Boogie! Oh mein Gott! Was ist das für ein Gameplay gerade? Was macht der da? Wie krass ist das denn? Alter! Also das... Also sowas bei 40 Punkten, das hab ich noch nicht gesehen. Ich hab kurz, äh, äh, vergessen zu atmen. Also das kommt sowas von die Highlights. Boah! Wo kann er das jetzt hier noch... Boah, ist sau schwer. Es ist sau schwer. Und der kleine Hänger ist immer noch drin. Einer über ihn, einer unter ihn. Unter ihn hört man sich der Zeit fallen noch. Mit drauf geschossen. Materialien. Er kann noch 25 Baustrukturen. Ich seh auch nicht mal, wie viel AP die haben etc. Ne, ne. Also immer dieses wieder außenrum. Ja, 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 ja. Und da geht ja kein Tick rein. Das ist ja... Oh nein, 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 nein! Schade. Kriegen wir das jetzt noch mal hin. Hier im Finale. Geht bei den letzten Sachen. Alter, was geht denn alles rein? Guckt euch dann, was dieser hier macht. Der dreht durch. Wenn er hier gewin... Oh! Der Leiter. Der braucht damage, der braucht damage. 5 kills. Na, hat er ja genug. Oh! Da geht's auch wieder. Ja, ist was. Kade. Wie schnell kannst du denn gehen? Oh! Immer diese Headshots auch, ne? Auch wieder Headshots. Das ist ja ganz verrückt. Ich bin hier über den Windkanal. Land auf dem Windkanal. Heftig. Benutzt ihn, um die Rechte noch umzubauen. Ja, clever. Oh! Na jetzt aber über ihn. Gib den auch direkt einen, äh... Die ganz kleine Hänger hier kurz. Alles weggeschossen mit der Mirigan. Boah! Ja, geht dann gut. Ne, rein. Ja, gut. Oh! Schön, schön. Da geht ein Dragon Cube down. Oh, ja. Ja. 1-8. Der spielt halt echt ne Minigun im Naka. Die ganze Zeit. Seit ner Viertelstunde Minigun. Einer der besten Lobbys Europas. Boah! Der geht da so durch, ne? Der greift aber auch die Gegner irgendwie so an, dass sie nie irgendwie mit der Shotgun auf ihn schießen. Oh! Bisschen Falschein kriegt er, kann aber noch verkraften. Hm, war gut von ihm mit der Pumpen. Kein Problem. Schön, richtig schön. Da ist halt die Pumpen. So. Doch, ziemlich krass. Was?! Also, sorry. Die sieht man ganz kurz, ey, die geht sofort auf und haut die Tommy Gun da rein. Tommy ist so stark, ne? Und ganz wichtig, ne? An die Mods. Mach dir sofort nen Screenshot. Ja, du schaust, komm. Posten, alles. Die ist das. 70 Leben. Wieder Schattengranate. Halt jetzt wahrscheinlich 84 Punkte. Boah, das könnte so ein krasser Laser werden. Boah, der hatte Full Life, Full State, aber er ist in den Top 5. 84 Punkte. Ja, Punkte. Boah, ne! Das schafft er nicht. Gegen Loot Boys. Boah. Hier auch an zu Moven. Muss jetzt nochmal weiter. Also, so'n Glück hat er jetzt hier echt nicht. Muss immer ganz schön weit Moven. Boah, das war so krass, ne? Das ist so gut. Er tankt diese Hits. Und jetzt holt er sich ein Slurp rein. So gut. Und holt dort den Gegner weg mit der Tommy Gun. Boah, jetzt sind die Mets auch alle. Jetzt muss da jemanden töten. Und sich dann die Mets holen. Ohhhh. 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 Ja, er schafft es. Komm schon. Wander Metz hat 53 Metz. Ohhhh. Nee. Oh mein Gott. Oh Gott. Nächster geht ja vor ihm. Das macht er gerade so gut, ne? Das ist so stark. Dass er genau im richtigen Moment drauf geht, weil er weiß, er braucht die Metz. Du hast sich runtereditiert. Ich fass es nicht. 64 HP. Kann er sich Minis rein. Honzone ist nicht mit dem Nacken. Er muss weiter. Das sind 10er Ticks. Jetzt hat er zwei. 20 Schaden kassiert dafür da ein Mini nehmen können. Lohnt sich das? 37 Punkte. Metz sind jetzt auch schon wieder leer. Falsch. Da über ihn. Keine Metz mehr. Oh nein. Keine Metz mehr. 7. Ist er noch Top 5? Zweitplätze noch überleben? Pfff. Muss ich Minis rein? Oh. Hhhhh. Ah der Metz. Echt ich die Metz nicht. Nee, das war's. Was? Nee. Was? 41 Punkte jetzt. Das war's. Schade. Ah, schade. Aber ne richtig geile Runde. Die 40 Punkte Marke geknackt. Besten Schweiner noch. Ja. Ja. Ja so Top 25. So richtige Punkte. 27 Punkte hat er. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Den hat er. Oh Benji ist aber auch ein richtig krasser Spieler. Ja. Oh Gott. Benji jetzt im High Ground. Oh. Kurze Aussätze. Benji im High Ground. Baut ihn in die Zone rein. Nochmal wieder. Boah. Benji ist ne Maschine. Richtig gut gemacht. Guck dir die Namen an, wer hier alles mit dabei ist. Sau schwierig. Boah das Movement. 1A. Boah das ist stark. Hier ganz. Weit. Schön. Mit der Zone. Das macht er gut. Die Schattengarnanten sind auch so gut. Ja ja ja. So auf 5 Spiele dann gibt's Punkte. Ja. Ich wusste dass er den kriegt. Das wurde er gar nicht weg. 46 Punkte. Er brucht das so dringend aus. Top 25. Nice. Da ist er im Gegner drin und löscht ihn einfach weg. 54 Punkte jetzt. Wieder zum Gegner rein. Oh. Guter Versuch. Guter Versuch. 1 gegen 1 Situation. Wichtig ist 4 Punkte. 1 gegen 1. Come on. Jetzt können wir jetzt. Komm schon bitte. Ja. Er hat ihn. Was. Oh mein Gott. Das gibt es doch nicht. Isa hat am Anfang 2 Runden völlig getthrowed und jetzt 2 Runden. Wir haben miteinander so krass gespielt. Was schreibt der Chat? Äh. Viele schreiben Tommi. Viele Dank. Schon. Dann putzen dann direkt rein in den Rücken. Dann wird er gefinisht. Schön. Direkt der nächste dazu. Boah. Geht nach unten weg. Schön. Zehn Punkte haben sie schon. Ah das Ding in Gold alter. In Schinkens Händen. Das ist nochmal ein Gold. Das hole ich jetzt hier in Sunny Steps. Guck mal jetzt braucht er 50 HP. Vielleicht nimmt er sich kurz nen Gegner dafür. Ja. Geht immer von beiden Seiten. Alter geht da genau. Ey diese neue Waffe. Also das ist das was ich zum Beispiel auch bei. Die Nadelpräzise ist ja verrückt. Bei Carmo gesehen hatte im Stream. Ja. Die ist wirklich also widerlich akkurat. Die ist aber auch im Sprung und im Empfang extrem präzise. Sehr. Ja ja. Richtig präzise Waffe. Das ist Rätsel. 18 Kills. Du hast dich doch nicht verrechnet. 19 Kills. Ne also das. Da muss ich auch ganz kurz auf meinem Kanal sagen. Leckt mich am Zückerli. Das würde ich bei dir jetzt nicht sagen. Ne. Der nimmt sich die nächsten mit. Aber äh. 20 Kills. Er hat ne 20 Bomb. Er hat ne 20 Bomb. Und es leben noch 24 Spieler. Und ich weiß ganz genau. Also sorry. Die Leute werden auf Twitter wieder ausraschen. Die werden so. Die werden es. Alle werden so sauer sein. Ein Punkt. Ja. Ist ein verdammt gutes Bewertungssystem. Fürs Finale. Weil da nur die Besten der Besten spielen. Hier sind krasse Spieler dabei. Aber Stompy und Schinken sind übelstes Next Level. Was dazu führt. Dass ein Kill. Ein Punkt. Ich mein. Ein. 21 Kills. Stomp your line. Der Chicken hat ja auch noch mal 6. Ach komm. Da müssen wir. Den Mini da oben drauf nimmt. Ist aber. Ist risky. Jetzt nehmen wir mal die neue Waffe. In äh. Aktion. Ne ne. Ist die Ska. Ach der hat auch noch eine Ska. Hat er getauscht. Ok. Also. Ja. Jetzt nochmal die zwei Punkte. Die können den Weltrekord machen. Das ist. Können die hinkriegen. Ach der. Ne. Da muss der Chicken noch richtig viel machen. Doch nicht gegen Only Champions man. Obwohl. Gerade dadurch. Dass alle so extrem defensiv spielen. Und campen. Und sie wirklich auf jeden rauf gehen. Kriegen sie halt extrem viele Kills. 24 Kills. Das ist die Fortnite Weltmeisterschaft. Die Spieler die hier dabei sind. Haben wochenlang gezockt um Champions. Ne. Die machen den Weltrekord. 10 Punkte noch Max. Die kriegen jetzt noch durch Win. Und Top 5 5 Punkte. Alter Junge. Die sind doch schon qualifiziert. Ne. Die Waffe ist. 42. Die Waffe ist zu krank. Damit kann man zu sehr Leute aus der Luft fischen. Oh. Da geht ja richtig viele Fallen ab. Da geht er down mit 27 Heels. Alter. Das ist ein 2 gegen 1 ne. Beide low. Das ist auch noch Gegner. Kann er sich zum Nutzen machen. 2 gegen 1. 2 gegen 1. Schade wäre ein wichtiger Shot gewesen. Den hat er. Den hat er. Den hat er. Den hat er. 47. Das ist Weltrekord. Sicher? Ja er muss ihn holen. Da ist Weltrekord. Von. Da bin ich aber raus. Da bin ich raus. Ja. Und drei noch drauf. Wo sind die drei. Weg. Tschüss. Das war's. Weltrekord. Weltrekord. Weltrekord am Hort. Alter. Merkste was. Das war's. Nee. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's schlau. Das war's. Das war's. 6 unter ihm. Shadownade. 1 AR Magazin. 140 hat er. Er ist komplett am Highground. Er kann noch bauen. Er hat noch. Top 3. Top 3. Gibt aber keine extra Punkte. Holt sich den Kill. Macht das? Einer noch. Da ist er Platz 1. Einer noch. Da ist er Platz 1. Mit 71. Ja. Ich glaub er hat's. Noch hat er's. Aqua einfach insane heute. Bester deutscher Spieler. 71 Punkte. Und ich würde sagen das war glaube ich die letzte Runde auch. Ja es war die letzte Runde. Wir gehen sofort rüber. Wir gehen sofort rüber zur Couch. Und wir gucken uns die Punkte an. Nimmt hier das Preisgeld sogar noch mit. Qualifiziert sich für New York. Und hatte neun Matches gespielt. Hatte sogar noch einen. Der wie aggressiv. Der will ihn auffressen. Holy shit. Hat ja nichts mit taktischem Vorgehens zu tun. Ja. Der ist weg. Das war für Mongral kein Gegner. Das war ein wandelnder Punkt. Das war ein Punkt der hier frei rumläuft. Und den muss er einsammeln. Also das war ja. Stärker konnte man ja nicht raufgehen. Der Arme. Kassiert hier während. Oh das ist immer so scheiße. Oh Edit Fehler. Von Mongral. Aber ist oft so wenn man unter Bedrängnis kommt. Du kannst den Typen nen Parcours geben. Hat der jetzt den Shotgun Schuss auch getroffen? Der 20er Hit. Alter. Ne ne. Wenn er den noch kriegt. Er spielt schon gegen die besten Spieler Europas. Lol. Das ist Armageddon. Sehe ich jetzt erst. Ah. Hat er ganz schön aufgefressen. Den hat er mitgenommen. Scheiße. Alter Mongral hat echt krass. Äh. Let's. Halsmaul. Ist das nicht dieser Sprung? Wie ist denn er grad durch die Wand gegangen? Was macht der denn da? Er spielt gegen die besten Spieler der Welt. Und sobald er irgendwo Gegner sieht. Stürzt er sich auf den. Als wäre das ein Noob. 600.000 Dollar gewinnt. Er hat den schon wieder gemacht. Ne. Das macht er die ganze Zeit. Aber er hat auch keine Fehlerquote. Der schafft das ja jedes Mal. Genau. In der Pro-State geht es immer darum. Die neuen krassen Waffen schnell zu lernen. Veränderungen schnell damit klar zu kommen. Und und und. Das ist jetzt neuer Trick. Anscheinend. Nutzt ihn nur Mongral richtig. Oder hat ihn gut genug trainiert. Dass er jetzt einen Vorteil hat. Gegenüber den anderen Spielern. Also. Welcher Buck. Was ist der Trick? Er kann durch jede Wand durchkommen. Du musst genau. Mit der richtigen Geschwindigkeit. Genau in der richtigen Sekunde. Abspringen. Und genau in der richtigen Millisekunde. Die Wand kaputt machen. Dann kann er. Durch jede Wand durchgehen. Auch wenn der Gegner. Nuller Ping hat. Und perfekt. Die ganze Zeit. Turbo. Bauen. Gedrückt hält. Also. Einiges ist unmöglich. Durch so eine Wand durchzukommen. Aber mit diesem. Ja. Buck. Kommt er da halt durch. Der ist ja auch richtig aggressiv. 4 HP. 4 HP. Was? Was? Er überlebt. Die Gift gerade hatte. Nur weil er Oma gekillt hat. Schon wieder keine Metz. Schon wieder keine Metz. Digga. 10 Kills. Der hat sie doch nicht mehr alle. Jetzt ist auch die Zeit. Irgendwann muss man wissen. Dass man loslassen muss. Das ist eine super Runde. Platz 7. 10 Kills. 65 Punkte. Ich glaube. Könnte fast Platz 1 Europa sein. Aber jetzt ist dann auch. noch. Ach komm. Ach komm. Nee. 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 Also wir können zum allerersten Mal im Ungral zuschauen Er spielt gegen die besten Spieler Europas Es ist schon einer der schwersten Lobbys Weltweit Und er geht hier durch, als könnte keiner hier das Spiel Ich fass es nicht Das war ja Mongrals allergeilste Runde aller Zeiten Was? Was? Was haben wir hier gerade gesehen? Alter, das ist ja noch krasser Ich glaube, das war auch so die Animation Das war doch nicht ein Headshot mit dem Ding Boah, das ist ja noch krasser, Chat Das war die Flinte Krass Ich habe doch ihn gesprayt Aber er hat noch 100 Schild 100 Leben Tommy Gunn wieder draußen Brutal Haben die getortet heute Bedrohlich, ja Ach krass, okay Irgendwie ein Aussteig-Bug Oder irgendwie sowas Find ich das aber gar nicht Oh Gott, was ist das denn für eine Präzision? Also extrem Also wirklich gut Wenn du überlegst Er hat jetzt hier Jetzt passieren halt die Punkte Guck mal, da oben hat er Wenn den jetzt runterkriegt Dann hat er High Ground hier Kriegt er erstmal einen Kill mit Hat neun Punkte schon Und das ist halt das krasse Guck mal, guck mal die Präzision an Der war gerade Oh, über ihn Boah Fallen, fallen, fallen Dass er da lebt Ich fass es nicht Mit der Tommy Gunn sich rausgeschossen Alter, ganz stark Boah Der ist echt ganz verrückt Der ist so stark, ne Der kam einfach so aus nichts Weißt du, wir hatten alle Controller-Legenden Und dann kommt der einfach noch so mit dazu Und hält mit den Größten mit Top 7 Tommy Gunn nachgeladen Oh, er ist mal nie drin Boah Ach nee Was war das denn für ein Reflex Schönheit Ganz, ganz wichtiger HP So Und er hat jetzt 14 Punkte hier Also rein theoretisch kann er hier sogar Wieder von beiden Guck dir das doch mal an Eins gegen eins Und das sind die wichtigen vier Punkte Ja, wenn er jetzt den Erste Runde 19 Punkte Also sorry Das wäre ganz, ganz krass Wenn er das schafft Wenn er diesen Spieler töten Aber der Gegner hat High Ground Der Gegner hat Metz Der Gegner hat einen Rocket Launcher Macht er clever Der Gegner bleibt im Sturm Viertelt sich ein RPG wieder abgewehrt Was ist das denn für eine Präzision? Und das ist, was ich meine Das waren jetzt wieder vielleicht so 30 Meter Und guck dir diesen Schaden der Tommy an Ich meine, er hat zweimal die Tommy Gunn dabei Ich habe auch für meinen Support Den Code Miki TV MCKY TV Mit ihm? Mit Y Okay Danke für den Support auch Fein Kill Ganz brutaler Fein Kill Hab' jetzt geschafft 69 Punkte Alter, Lechi kam auch so aus dem Nichts, ne? Oh, ganz sicher Oh Was darf man jetzt reingehen? Top 50 weitere Punkte 72 Punkte Ist ja gerade Platz 1 Europa Ne, was? Alter Oh Mann Falle und Shotgunschuss gleichzeitig Das gibt's nicht Nur noch ein 1 gegen 1 73 Punkte hat er Ja, damit ist er schon Das fällt in den Top 8 Liegt der mit der Falle Noch eine Falle platziert Ohohohoho Oh mein Gott Let's just start 1 Europa Also wenn man da, ne? Den Ein Spiel Ein Spiel Aus Ja? Ne Wir kriegen halt aus der Regie mitgeteilt Ehre genommen Ja, ist gut Die Die größten Spender Die größten Schenker auf Dass ich mich da Nächstens schon erst mal den Namen haben Dass ich mich da bedanken kann Das ist ja ganz verrückt Geht direkt wieder der erste Hit rein Das geht so schnell, ne? Das, wir sehen auch jetzt oft Oh ja Oh ja, der geht da Und was soll er da machen? Wieder 200 HP Ein Spieler noch Da hat er 87 Punkte Das ist mehr als der erste Platz im Halbfinale hatte Und das war Isar mit 86 Oder? Vielleicht tut er ihn sogar selber 87 Punkte jetzt Oh, jetzt kriegt er den Match Ganz clever Ganz, ganz clever Oh Gott, 20 HP Oh Ja Dann geht er down 87 Punkte Aber Top 23 Ja, letztes Jahr Das sollte reichen Können wir einmal rüberlegen Und Lecce hat es tatsächlich Mit ganz weitem Abstand 20 Punkte Das ist mal eine Ansage, oder? Ja This is your road to the Fortnite World Cup Oh, da hat er sozusagen den Gegner geholfen Nyrox him Sky kill Benji Nyrox und Aqua Aqua vier Kills Oh ja, das ist geil Und sehen wir Aqua Shockwaves Schattengranate Zwei Mets Er kann eine Platte bauen Und zwei Platten bauen Immer noch fünf Spieler Und fällt runter Keine Mets, keine Mets Oh mein Gott Die Shockwave Er ist wieder oben Er ist wieder oben Nyrox macht einen Kill Nyrox geht down Aqua kommt dazu Holt sich den Kill Stark Ja, mein Aqua Double Kill Sieben Wie geil Digga, sechs kills Sieben kills Dass er wieder hoch geht Hier hoch geht und abwartet Ohne Material So geil, Junge Digga, Aqua So gut Oh mein Gott Wie geil war das denn nochmal Ich hab das schon gesehen Als wir dann im Highground waren Dass das was Gutes werden kann Digga, Aqua Ich hasse es nicht Schießt von oben Auf Item runter Die Rocks down Aqua hält mit der Minigun Halt rauf Nyrox baut nach vorne Top 7 Alle sind so gut wie einzeln Aqua und Nyrox Voll HP Sie können das wirklich nochmal gewinnen Nyrox Kriegt einen Zontick Aqua weiter mit der Minigun Die ganze Zeit Der ist down, der ist down, der ist down Aqua nächster Kill Und wieder Punkte Top 5 Wie viele Kills haben die denn? Vier Kills haben sie schon Alle sind alleine Außer Aqua und Nyrox Ja Oh mein Gott, der geht auch down Und der geht auch down Der hat versucht den Highground zu kommen Beide voll HP Fünf Kills Die sind das letzte Duo Alle solo sind unterwegs Full live, full shield Mets gehen langsam zur Neige Ja, macht sich das selber Das Ding hier rein Gute Hits Aber die Mets gehen langsam aus Hält mit dem Minigun drauf Gegner ist white Der erste Platz wäre so wichtig Nyrox ist unten drin Top 3, Top 2 Aqua nächster Kill 1 gegen 2 1 gegen 2 Nyrox slow 50 HP Das schaffen die 2 gegen 1 müssen die doch hinbekommen Das wären 2 Wins hintereinander Oh mein Gott Komm schon, komm schon, komm schon Er hat ihn Schon wieder gewonnen 2 Runden hintereinander Digga 2 Runden hintereinander Damit, also das Damit hat einfach gar keiner gerechnet 2 Runden hintereinander gewonnen Mit so vielen Kills Beide mal im Highground Beide male full live, full shield Ein Team noch Das wären wieder Platzierungspunkte Oh mein Gott Er hat es Wieder 2 Punkte Momentan auf dem ersten Platz Kann er das durchziehen Schafft er noch mal Platzierungspunkte Oh, da geht er down Aber ich glaube, das reicht Jetzt ist die Frage Wer lebt noch Wer kann alles Ich glaube, es waren 6 Kills 10 Punkte Ich glaube, die sind safe Auf dem ersten, Max Kommt doch an, wenn er noch drin ist Kann noch jemand von den Teams Anachbar vorbei Wisst ihr nicht? Oh, das ist so ein Late Game Was ist das für ein Late Game? Das ist durch Ja, das ist durch Das war die letzte Runde Das war die letzte Runde Ich muss sofort das Ranking sehen Ich fasse es nicht Ja! Alter, ich fasse es nicht Wie geil ist das denn? Aqua Nirox erster Platz D-Roc auf dem 8en D-Roc auf dem 8en D-Rocs 8er auch noch Rojo, Wolves Osef und Zayn auf dem 4ten Platz abgerutscht Oh mein Gott Ey, auf dem 4ten? Die haben in all der Runde 1,5 Millionen Dollar verloren Aqua Nirox Ich finde das so geil Der Mainstream hat sich gedacht Die zeigen wir nicht mal so oft Ja Gewinn Wie die sich fühlen müssen Da jetzt lang zu laufen Wie geil findet Kula das Deren eSports-Orga? 80-20 So cool finden die das Trophie is yours Deine Fortnite-World-Champions Aqua Nirox 3 Millionen Dollar Die Amerikaner sind so sauer Dass das nicht selbst gewonnen wird Ja, wo waren denn jetzt eigentlich die ganzen Ami? Es waren schon viele in den Top 10 Max, jetzt sei doch mal ein bisschen parteiisch Aber weißt du wer auf der 1 war? Ja, das ist der 1 Es sind die ersten Die die Geschichten schreiben In diesem Sinne Aqua und Nirox Wie fühlst du, buddy? Fair enough, fair enough Für you, mein Freund Perfekt Perfekt der lag Das ist beantwortet Die ersten 3 Spiele waren total Und dann, ich weiß nicht, was passiert Wir haben einfach rausgekommen Warum denken Sie, dass Sie jetzt hier sind? Was hat sich passiert? Was haben Sie anders gemacht? Aqua kommt gar nicht klar gerade Und die haben einen hacken und hat Ihnen geholfen, dass Sie in die erste Position geholfen haben Ich glaube, es ist die ganze Zeit, die wir in dieses Spiel haben Und wie sehr es sich nehmen Das ist richtig Und jetzt, ich verstehe, ich verstehe, ich habe ein paar Familien Das ist hier Das ist hier Du bist sehr stolz Wer sind Sie für heute? Die warten morgen auf und morgen haben es immer noch nicht realisiert 3 Millionen Dollar Du hast einfach 1,5 Millionen gewonnen Es ist total total Was ist für Geld? Ich weiß nicht, was zu sagen Es ist total total Für dich, mein Freund Brüdi, du bist gerade Multimillionaire Alpha Games kommt doch mit einem Lambo Und jetzt geht es Okay Wir werden jetzt definitiv noch viel mehr Fans haben Auch einer der besten Spieler hier heute Von den Mechanics her Ja Unglaublich strong In den Highground kommen Der macht das immer wieder Was ist denn das für eine Taktik? Er bleibt unsichtbar Er bewegt sich nicht Ist gedupt Oh mein Gott Was ist das für ein Movement? Nur noch eine 1 gegen 1 Er hat Psalm geholt Acht Kills Letztes 1 gegen 1 Creo gegen Bugga Creo im Highground Bugga mit mehr Leben und Schild Ganz krank Alter, was ist das denn? Oh mein Gott Das kann er nicht machen Er holt es Das ist so krass Oh mein Gott Der hat die alle so Hops genommen Der hat die ganze Lobby alleine gekillt Erster Platz mit 9 Kills Ich fass es nicht Stimmt, nochmal wieder Platzierungspunkte Wie kann er denn so konstant so krass spielen? Oh mein Gott Was war er denn da? Er ist doch schon mit so viel Abstand Erster Und zieht hier noch so durch Jetzt hat er auch wieder Metz Er hat wieder Metz Er ist in der Top 10 Acht Spieler noch Er schafft das jetzt hier hochzulaufen Der nächste Gegner ist neben ihm Das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist so verrückt Er geht jetzt hier wieder in die Zune Er macht immer noch 4 Spiele am Leben Das war der ganz clever, wie er hier moved Geht er full, er geht er down Da geht er down Aber er hat sehr, sehr viele Prohut gemacht Das reicht locker Picker mit 5 Kills Erster Platz wird gleich nochmal so wichtig Verbände hat er Guck mal, alle full Schild Drei Spiele jetzt noch am Leben Hier ist schon viel gebaut Hier geht er down Geht er down 30 HP, 20 HP Und das ist es Das ist es Das hier mit 5 Kills Sehr, sehr stark Oh mein Gott, er wusste das Das ist so krank Kann er durch Wände sehen, oder was? Wie hat er das denn jetzt schon wieder gemacht? Das ist deine Trap? Das ist so krass Weiß ich auch nicht, wie schnell er die platziert hat Das geht gar nicht Er war im Sprung im Bau Und die T100 zusätzlich Was für ein krasses Tempo er fährt Was ist das für ein Spieler? Er ist konkurrenzlos Er ist auch weg, der ist Er hat keine Konkurrenz Da geht er down Aber er ist top 5 Top 5 gekommen Stompi hat Tico holt Drei Spiele noch am Leben Auch er geht down Crew holt Stompi Jetzt nur noch eins gegen eins Chub gegen Crew Oh Chub Ne, das kann ich machen Das ist Ja, da geht er down Das macht Crew ganz sicher Da freut sich sieben Kills Krass Sieben Kills Platz 1 Richtig heftig Ich will jetzt unbedingt gleich Die Standings sehen Wir wissen auf jeden Fall Wer schon auf dem ersten ist Also wieder ganz, ganz wohl Ich glaube, es wird die Europäer abgeschnitten haben Das ist so krass Er kann selber nicht fassen Er weiß jetzt schon Er hat 3 Millionen gewonnen Mit Abstand Ich glaube, es kann wirklich sein Das hat doppelt so viele Punkte wie der zweite Da haben wir da wirklich gar keiner gerechnet Es ist natürlich krass Dass er jetzt so gefeiert wird Aber auch der zweite Der irgendwie 2,2 Millionen bekommt Geil Unglaublich krass Drei Millionen Was soll man damit machen? Das finde ich dann aber auch gut Dass er zum besten Fortnite-Spiel der Welt gekürt wird Vor allem mit dem Ergebnis Da kann es auch keiner diskutieren Das ist jetzt ein, zwei, drei Punkte Weil da kann man nur in der letzten Runde Wo der 3rd-Parte Das ist dominant Das ist der beste Fortnite-Spiel der Welt